Obwohl, dann rennt der wieder nur da raus, glaube ich. Ich werde ja nicht das Glück haben, dass hier in jeder Zelle irgendwas ist. Aber ich kann ja überall mal so reinspinken. Ob ich da was sehe, wofür es sich zu öffnen lohnt. Obwohl die Sicht eingeschränkt ist. Sieht man, wenn man durch das Schlüsselloch guckt. Einen anderen Winkel? Ne, sieht man auch nicht mehr. Okay, aber ich glaube mal, das war es auch. Das war die eine Zelle, hier die, wo wir halt das Medaillon gefunden haben. Und das war es. Behaupte ich. Oh verdammt, da steht ja noch einer. Okay, gehen wir hier lang. Ach, hier ist auch ein Mechanismus. Habe ich jetzt überall geöffnet? Tatsächlich. Okay, das ist cool. Dann nutze ich das mal aus. Ich behaupte mal, hier ist jetzt wahnsinnig Terror los. Ja, sie jagen jetzt nämlich die ganzen Gefangenen. Okay. Hauptziel sogar abgeschlossen. Das ist natürlich nicht schlecht. Wobei, äh, da hinten ist doch auch noch ein Mechanismus. Wofür ist denn der? Hauptziel abgeschlossen. Hauptziel abgeschlossen. War da gerade Hauptziel abgeschlossen? Aktiviere. Ach so. Ach so. Ah, okay. Das Hauptziel besteht aus zwei Teilen. Deswegen. Komme ich hier rüber? Nee. Wo drauf ist denn der jetzt Aufmerksamkeit geworden? Weil ich meine Ember-Vision gemacht habe, oder was? Ach, der hat die Leiche gefunden. Ja, ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber okay. Ah, da kann ich runterklettern. Weil da rüberspringen, das wird wohl eher nicht klappen. Also hier gibt es viel zu klettern. Muss man sagen. Da kann ich runterklettern. Wo ist er jetzt hin? Da. Okay. Alter. Ich wusste, warum ich Feuer speichere. Ich wusste es. Ich bin da nämlich jetzt irgendwie bei dem Sprung, weiß nicht, an der Ecke hängen geblieben, oder was? Hab keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gar nicht erst zu den Dingern gekommen, wo man sich festhält. Ach. Ach. Ja. Ähm. Hallo? Na ja, probier mal, oder? Nein. Okay. War jetzt so geplant. Och. Da steht einer. Was ist das denn? Bist du nicht weggelaufen, oder was? Das sind doch offene Zellen. Was übrigens auch interessant ist, das hier ist doch eine Zelle. Hm. Hm. Anscheinend. Haben sie da auch jemanden übel drin zugerichtet. Ähm. In dieser Zelle. Wo ist der Typ, der mich jetzt hier... Ist nicht da. Man kann aus dieser Zelle raus, indem man hier runterklettert. Sehr sichere Zelle, würde ich mal sagen. Du doof, deine Tür ist auf. Hat der mich jetzt gesehen? Tatsächlich. Warum beachtest du nicht den... Der da gerade in den Tod gesprungen ist. Stattdessen guckst du dir an, dass ich hier an der Wand hänge. Du hast doch einen Knall. Da oben ist auch noch einer. Kommt. Weiter. Leute. Seid ihr lange aufmerksam. Das gibt's doch gar nicht. Unaufmerksam werden. Unaufmerksam werden. Da oben ist ein bisschen, danke. Da oben auch. Ich glaube ja. Bin ich denn hier jetzt? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich muss also nur zusehen, dass ich hier jetzt möglichst bald wieder wegkomme. Weil wir wissen ja, der wandert hier hin. Boah. Boah. So. Wo ist der zweite? Hier war doch noch einer. Da steht er. Das ist ja lustig. Das ist wirklich nicht mein Leben. Das ist ja lustig. Junge. Ihr seid wieder sehr geschickt platziert, ihr zwei, würde ich mal sagen. Nee. Der würde mich ja da wieder sehen. Ich muss den ausschalten. Wie auch immer ich das mache. Oder wenn der jetzt angewandert kommt. Er kommt nicht angewandert. Oh Mann. Oh. Strange. Der bleibt da stehen. Könnten dreißen. Alter. Mann. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Mensch. Mensch. Also das mit den Klonen. Also entweder bin ich da einfach nur zu dämlich dafür. Oder es ist beim besten Willen keine wirklich gute Sache. Mit denen zu arbeiten. Ähm. Gibt es hier noch einen besseren Weg hier runter? Da sieht es aus, als könnte man da wieder hochkrabbeln. Wenn ich da, wo die Leiche liegt, bin, da an die Säule springen. Von da aus hoch. Auf dieses Ding da. Oder vielleicht sogar von hier aus direkt rüber auf dieses Ding. Wenn der Typ da weggegangen ist. Geht der weg? Der geht weg. Ich probiere jetzt den Sprung. Das hat sogar geklappt. Ich breche ab. Ah. Das hat nicht geklappt. Ich habe es jetzt aber leider nicht gesehen. Bin ich da vor die Säule gesprungen? Oder was war da jetzt passiert? Ähm. Skillfrei. Ganz klar. Sag ich jetzt mal zugunsten der Programmierer. Ich bin skillfrei. Wenn es nicht mein Fehler war, dann ist da ein Hitbox-Problem oder so. Steht der noch da hinten? Ja. Jetzt kommt der aber gerade wieder rum. Nee, er bleibt da stehen. Na, 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 na. Alter. Alter. Ich habe schon gedacht, das ist der nächste Tod. So, muss ich dich wegschleppen oder kann ich dich hier liegen lassen? Was haben wir denn hier? Ach, da kommen wir wieder. Moment mal. Ach, guck mal an. Okay. Wir haben also den alternativen Weg gefunden für hierhin. Gut. Wo kann ich hierhin klettern? Hoch. Da wollte ich dran. Da wollte ich dran. Danke. Hä? Ja. Okay. Ich wollte zwar einfach nur hochhüppen, aber... Passt schon. Ohne Worte. Ohne Worte. Keine Ahnung, warum der zu der anderen Söhle rübergesprungen ist. Und keine Ahnung, warum er dann, wenn er da eins höher war, wieder zurückspringen wollte, was dann nicht geklappt hat. Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht, was das war. Mann, ey. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Äh. Der Typ lebt also noch. Gut. Dann... Ändern wir das. Und das speichern wir jetzt auch. Gut. Äh. Äh. Wo käme ich denn da hin, wenn ich da hochklettere, ohne dass das backt. Nirgendwo. Doch, ich könnte eventuell da auf diesen Vorsprung und da auch nochmal höher und mehr kann ich nicht sehen. Das ist natürlich doof. Der Mechanismus ist da. Wo kommen wir hier hin? Er ist ja nicht. Aber, wenn wir hier wieder für Klettermöglichkeiten haben, die für mich jetzt hier aus jetziger Sicht nicht wirklich Sinn ergeben. Ich würde fast behaupten, dass da oben drauf auf den Dingern da was liegt. Da hinten steht Säure auf dem Tisch. Wir haben auch schon länger kein Medaillon mehr gesehen. Was ist denn das da? Ein Folterraum? Und das hört sich gerade an, als würde einer kotzen. Da hinten sind Gefangene wohl. Wo habe ich denn gerade gesehen, dass man da hochklettern könnte? Da kann man eins höher springen, aber... Was habe ich denn davon? So. Ach, da könnte ich dann hin. Von hier aus könnte ich da drauf... Ne, da liegt aber nichts. Habe ich also nichts von. Habe ich nichts von. Außer, dass ich da hinten... Da habe ich vielleicht doch was von. Wenn ich jetzt hier von Dingern zu Dingern springe. So. Da jetzt da hinten an die Wand. Da kann man nämlich auch wieder durch eine Lücke durch. Wenn der Sprung klappen würde. Aber zum Glück habe ich ja gespeichert. In einigen... Das habe ich jetzt leider zu spät angefangen zu lesen. Da stand irgendwas, man kann aus irgendwelchen Situationen... Aus größerer Höhe, Sterigen. Okay. Hat geklappt. Und dann zack. Und zack. Und zack. Und hier runter. Hier kommen wir nämlich durch. Und hier stehen Vasen. Da ist der zweite Mechanismus. Okay. Alter, was habt ihr denn da alles? Da ist auf jeden Fall Säure. Wobei Säure... Zum einen habe ich noch einen. Zum anderen brauche ich noch einen nicht. Ähm. Aber was ist denn das da für ein Köfferchen? Nee, der... Neben... Neben Missionen haben wir schon. Gut. Dann machen wir erstmal hier diesen hier. Okay. Das heißt da... Nee. Oh. Da wahrscheinlich. Ja. Ist jetzt die Tür auf. Das heißt, ich muss da unten durch. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wäre ihr Preis gewesen. Doch nicht. Ich dachte gerade, da könnte man mal irgendwo lang klettern. Alter, da oben ist auch noch eine Aussicht. Das gibt's ja gar nicht. Na gut. Na gut.